Ausbildungsforum an der WGA-Waren-Gewerbeausstellung 2017, das unter dem Motto «Mir dringens auf den Punkt» steht. Mein Name ist Markus Gerber. Ich begrüße heute Patrick Baumer, Gewerverbandspräsident des Gewerverbands Spiez, das Ausbildungsforum organisiert und der Ausbildungsabend, der bereits zum dritten Mal hier stattfindet, bringen wir es auf den Punkt, Patrick, das Forum. Was muss ich mir da vorstellen? Ein Forum ist ein Ort, wo man zusammen diskutiert und wir haben organisiert, dass die verschiedenen Akteure, welche rund um von der Berufsbildung und der Ausbildung zuständig sind, dass sie zusammenkommen und sie zusammen diskutieren. Das bedeutet, wir werden Unternehmer haben, wir werden Berufsbildner haben, wir werden Lehrer haben, wir werden Berufsschüler haben. Und alle da zusammenkommen, diskutieren verschiedene Themen, wie zum Beispiel Rekrutierung oder Bedürfnisse von Jungen heute. Es ist nicht klar, dass ein Unternehmen weiss, was ein Junge braucht heute oder wie sie heute ticken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und dass wir das an den Punkt bringen. Gerne. Sehr gut. Ich als Unternehmer, ich habe auch Lehrlinge, die in Ruhe ausbilden. Was ist der Springenpunkt? Was ist das Wichtigste, dass Sie das unbedingt anmerken? Also wir haben das Gefühl vom Gewerbeverband, dass die ganze Globalisierung und die senkende Marge stellt jedes Unternehmen stark unter Druck. Und wir sind absolut überzeugt, dass die Ausbildung ganz, ganz ein zentraler Punkt ist in der Zukunft von unserem Unternehmen. Und da nehmen wir uns von der Gewerbeverband aus, der Pflicht eigentlich, etwas zu realisieren, damit wir helfen, Ausbildner besser auszubilden. Und ich glaube, das ist nicht die Frage, ob ein Unternehmen möchte oder ob er kann oder so. Das ist ein Muss, glaube ich, zu kommen, weil ohne Ausbildung haben wir in der Zukunft nicht große Chancen. Ausbildungsforum, da gibt es nachher ein Apero und dann kommt noch der Ausbildungsabend. Tust du das vielleicht kurz erklären, was ich mir da drüben muss vorstellen? Oder werden wir da ansprechen, wer dort anwesend sein will? Also bis jetzt haben wir immer den Ausbildungsabend gemacht, seit ein paar Jahren mit grossen Erfolgen. Und das richtet sich an die Jugendliche und an ihre Eltern, welche auf dem Weg sind, an der Suche von der Lehrstelle. Und jetzt das Ausbildungsforum richtet sich nicht an die Jungen, sondern an die Unternehmer. Das ist der grosse Unterschied. Und ich glaube, jetzt das zu integrieren in der Gewerbeausstellung zeigt auch, dass es wichtig ist, dass die Ausbildung zunimmt. Und wir merken auch die Reaktion von den Leuten, das ist sehr positiv und wir freuen uns ganz sehr auf den Anlass. Super, ihr wollt mehr Informationen, welche ihr euch anmelden könnt, ist ganz einfach www.wga-spiez.ch Dort habt ihr alle Informationen, meldet euch an, kommt ans Forum, helft mit, diskutiert und dann natürlich auch an der Ausstellung teil. Wir würden uns freuen auf euren Besuch, auf eure Anmeldung. Mein Name ist Markus Gerber, euer WGA-Präsident. bir ein im 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 im